In diesem Video geht es um die besten Kaltschaummatratzen. Der Qualitätssieger in unserem Kaltschaummatratzetest geht an die Schlummer Paradies Kaltschaummatratze. Eine Matratze mit einem hohen Wohlfühlfaktor, guten klimatischen Eigenschaften und Hohpunktelastizität zu einem unschlagbaren Preis. Der leistungsfähige HR-Kaltschaumkern ist offenporig und atmungsaktiv und sorgt für einen besonders guten Feuchtigkeitstransport. Schweißbildung wird entgegengewirkt. Der strapazierfähige, abnehm- und waschbare Doppeltuchbezug ist beidseitig mit 260 Gramm klimaregulierendem Diolen-Vlies auf Welle versteppt und mit einem reißfest vernähten Vierseitenreißverschluss ausgestattet. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die BMM Kaltschaummatratze. Die Qualitätsmatratze BMM Comfort zeichnet sich besonders durch ihre präzise, perfekt abgestimmte Schulter-Plus-Zone aus. Diese trägt dazu bei, allen Schläfertypen selbst bei einem etwas höheren Festigkeitsgrad ein außergewöhnliches Schlaferlebnis zu ermöglichen und damit die notwendige Entlastung und Regeneration der Wirbelsäule in der Nacht zu fördern. Der leistungsfähige KS-Zell-Schaum ist offenporig, vergleichbar mit einem Naturschwamm, fördert damit einen optimalen Feuchtigkeitstransport und eine hohe Luftdurchlässigkeit, was Schweißbildung und Milbenbefall entgegenwirkt. Der hochatmungsaktive 3D-Klimaband Silver Care Border Bezug aus 71% Polyester 27% Viskose 2% Sonstiges, ca. 300 g pro Quadratmeter Klimafaser 100% Polyester auf Steppvlies. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kaltschaummatratze-Test ist die Sleepling 7 Zonen Kaltschaummatratze. Ausgestattet mit einem 19 cm hohen Kaltschaumkern Gesamthöhe 21 cm wird die Matratze in zwei Härtegraden geliefert. Eine Seite HG2 für weiche bis mittlere, die andere Seite HG3 für mittlere bis harte Schlaftypen. Dies wird Duo-Härtegrad genannt. Die weiche Seite ist mit aufwendiger 7-Zonen-3D-Würfelschnitttechnologie versehen, die H3-Seite in sogenannter mit Lamellenschnitttechnologie verarbeitet. Generell ist die Matratze für alle Schaftypen, egal ob Bauch-, Seiten- oder Rückenschläfer bestens geeignet. Der Bezug aus 52% Polyester 48% Baumwolle sorgt für ein angenehm trockenes Schlafklima. Über einen teilbaren, vierseitigen Reißverschluss ist dieser leicht abnehmbar. So können Sie den Bezug leicht abnehmen und durch die mögliche Teilung auch in kleineren Waschmaschinen problemlos waschen bis 60 Grad. Sie haben einen verstellbaren Lattenrost. Kein Problem, die Body Protect 500 funktioniert sowohl auf festen, als auch verstellbaren Lattenrosten perfekt. Und natürlich wurde die Matratze auch auf Schadstoffe nach Ökotex 100 Standard geprüft, damit Sie eben in jeder Hinsicht einen individuellen, sicheren und wohlig weichen Schlaf genießen können. Die Body Protect 500 ist eine preiswerte und qualitativ sehr gute Alternative zu teuren Wettbewerbermodellen. Diese wird in allen gängigen Größen in unterschiedlichen Höhen 16, 21 sowie 30 cm geliefert. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.